Hey Leute, hier ist wieder Sven. Ich muss mich erstmal entschuldigen, ich hab vorhin versucht aufzunehmen und dabei hab ich nicht bemerkt, dass der Speicherplatz voll war und dann hat er gar nicht aufgenommen. Aber ich bin trotzdem im Spiel vorangeschritten und bin jetzt hier schon bei Wendy, beim Endboss, aber keine Sorge, ihr habt nicht allzu viel verpasst. Auf dem Weg hierhin hab ich nur kurz ein Herzteil mitgenommen und sonst war da auch nichts mehr berauschenes. Also Verzeihung, dass ihr da den Rest der Burg, das kurze Ende dann nicht mehr sehen konntet. Aber den Boss-Falk seht ihr ja noch immerhin. Also, es geht weiter. Oh, fuck. Gut, ja, Wendy hat ja auch schon zwei Hits kassiert. Weiter konnte ich leider auch nicht zurückgehen. Ha, Mann, ich idiote, ich hätte danach gucken müssen, dass das nicht schon voll ist, der Speicher. Und das löschen sollen vorher. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Terpentine weggewischt, was, Mario? Wendy, oh, Cooper in Castle 3 has sung her last song. Mario feels as if he's getting closer and closer to Castle Cooper. Will the stranded dessert stop Mario from saving his beloved princess? Of course not. Princess! Wow. Deserty Steaks, gut. Dann sind wir jetzt hier in der vierten Welt, was? Was ist das denn für Musik, ey? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wow, was willst du denn, ey? Woher kenne ich die Musik? Ich kann mich echt nicht erinnern gerade. Wow. Kommt mir ja gar nicht mehr... Wow. Treib Sand! Gut, rewind, rewind, rewind. So, hierhin. So, hierhin. Nicht darunter fallen. Oh, man merkt, es werden wieder viel mehr Gegner und alles. Die Musik erinnert mich irgendwie ein bisschen an Terranigma. An diesen, diese östlichen, fernöstlichen Städte an. Ja, wie heißt die eine nochmal? Jetzt den Namen vergessen. Da die Stadt, in die man hin muss, bevor man zur Burg Drachenfels reinkommt. Irgendwas mit Y fängt die an. Die hat, glaube ich, auch so eine ähnliche Musik, oder? Stirb. Diese scheiß Biene, ey, wollen mich vom hohen Himmel aus attackieren. Das ist doch gemein, ey. Ich kann nicht fliegen. Kommt jetzt vielleicht runter und fechtet das mit mir aus, ihr Feigen-Mist-Dinger. Scheiß Treibsand. Ah, du sollst kein Kassieren. Rewind, so, Save State. Hm, ich schaff's nicht, darüber auch noch hin zu kassieren, oder? Oder? Ich muss es schaffen. Siehste, ich wusste, dass ich's schaffen kann. So, und jetzt hier rein. Oh Gott, ey, was hast du für Probleme, da in so eine Lücke zu kommen, Mario, ey. Gibt's doch gar nicht. Gut. Oh, 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 oh. Treibsand. Nein. Ich bin hier eingesperrt. Nein. Rewind. Nein, nicht schon wieder. Boah, was machen die ganzen unsichtbaren Blöcke hier, ey? Gemeinheit. So. Mein Pilz! Warte auf mich! Okay, so eine scheiß... Regenbogenschell. Schön. So hab ich mir das vorgestellt. Naja, das hab ich mir so nicht ganz vorgestellt. Okay, Konzentration. Ja. Ich glaub, man merkt mir an, dass ich konzentriert bin. Ich versuch nicht mehr ganz so viel zu sucken. Ich glaube, bisher gelingt mir das nicht so schlecht. Schön, Mann. Der Schlussspurt war echt erste Sahne. Boah, da ist es aber ein langer Weg, was? Oh, nee, da unten ist wieder schon so eine Burg. Donut Lifts Away. Och, du Scheiße. Oh, nein, nein, Scrolling Level. Und mit diesen Donut Plattforms, die, wenn man auf sie landet, sofort runterfallen. Warte mal, kann man denn... Ja, wenn man schnell abspringt, dann halten sie. Gut zu wissen. Ist in diesen Kästen da was drin? Sollen wir da eine Koopaschein nehmen und die abschießen, oder? Nee, ich glaub nicht. Wenn da was drin wäre, hätte ich das auch mit meinem Cape öffnen können, glaub ich. Komm, ist nur so vor, oder werden die Level jetzt vielleicht wieder einfacher? Das fände ich ganz angenehm. Nach den Strapazen der letzten Welt. Okay, ich versuch's mal. Nee, ist nix drin. Wenn die einen so zurückfedern, dann sind das irgendwelche Notblocks als ja, normale Blöcke. Ähm, versteckt. Das hat sich jetzt hier wieder nicht gelohnt, möchte ich wetten. Da ist auch nix drin. Also muss ich den hinten nicht kassieren. Nö, 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 nö. Oh, ist hier vielleicht was drin, hier oben? Ah, ja, ich will Super Mario Bros. & The Chaos Islands zu Ende bringen. Das heißt, in nächster Zeit werde ich nur noch Let's Plays hier zu Super Mario Bros. & The Chaos Islands machen. Und dabei hoffentlich zerquetscht zu werden, so wie hier gerade. Wenn, denn, ich möchte mit was Neuem anfangen. Also, ein neues Spiel zum Let's Playen. Worauf ich übelst Lust habe, nenn ich. Aber ich werde es noch nicht verraten, was das ist. Schön. Wieder nur eine Feder. Ich brauche mehr Mushrooms. Sonst waren die doch immer so spendabel damit, ey. Und dann, wenn man sie braucht, sind sie nicht mehr da. Ich verstehe, wer will. Vielleicht ist hier einer drin. Nein. Ist er nicht. Lex. Fuck. So. Auf jeden Fall will ich das Level hier noch fertig bringen, in der Videozeit. Also, beeilt euch. Nein, den Hit nehme ich nicht. So. Schön. Sehr schön. Oh, ich habe vergessen, die Musik aufzudrehen. Fällt mir jetzt erst auf. Ich glaube, jetzt werdet ihr nicht mehr sehr viel hören. Dann. Ah. Fuck, der ist die Trez. Na gut, ich mach das. Ich fang das im nächsten Video an. Also, bis dann. Euer Sven. Er zeigt mir mal eine mangelnde Vorbereitung. Ist vielleicht dumm von mir. Gut, wir sehen uns. Das ist jetzt. attorney zu.